Hey, ich brauche ein Brett, ja? Ich brauche ein Brett 40, 40 mal 65, ja? 40, 65, bis wann? Ja, was, bis wann gleich, ne? Wann, du, ein Meter, was soll das Ding? Ja, bitte, da fahren Sie, holen Sie ein, hier. Wahnsinn. Hans-Georg, ich brauche ein Brett, 40, 65, aber gleich. Jetzt sind es vor dir, hier, kann ich helfen? Ja, wir brauchen ein Brett, 40 mal 65. 40, 65, haben wir oben in der Bauleitung. Moment mal. Ja, Dr. Stief, haben Sie mein Brett da? 40, 65, ja? Ich lasse hier gleich mal checken, wo nicht wird es angefertigt, bis gleich. Mensch, ihr habt noch nichts in euren Laden, habt ihr? Ich gehe selber danach gucken. Aha, da haben wir ja alles. So, 55, 56, Mann, hast du doch gefeistlich so eine Pfuscharbeit. Aha. So, und, 65, jawohl. Ja, danke schön. Gute Arbeit. Tüchter Junge, Vater ist Ingenieur, wird auch mal was werden. Tschüss, sehr, sehr, sehr. Mahlzeit. Hier eine Durchsage der Polizei. Achtung, Achtung. Äh, Achtung. Diese Durchsage ist ohne Gewehr. Wir rufen Streifenwagen 16. Wir rufen Streifenwagen 16. Wir gratulieren zum Geburtstag. Ab heute sind Sie Streifenwagen 17. sten. Ja, ja. Petya. as wie Yo, 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 yo.